Kiel, du bist gar nicht mehr in Steam Online. Echt? Fuck! Yes! Das wäre gleich einiges. Ihr könnt mir joinen. Jackpot! Ja, Kiel ist wieder da. Doch, ich bin wieder da. So, ihr seid beide dabei. Nein, wir warten jetzt, bis Kiel wieder hostet. Ja, ich hab ja auch das Safe Game. Nein, aber Kiel hat besserer Ping. Wir hatten die identischen. Das muss ich nur stabilisieren. Hör auf zu flamen. Ich weiß, dass du das gut kannst, aber bitte. Nein. Wow, 2000 Milliseconds. Krass. Ja, sag ich doch. Ja, jetzt ist er erst richtig drin. Jetzt geht's auch schlagartig wieder runter. Ja, schlagartig. Profix. Fuck you, Sir. Ja, ich bin trotzdem bei 250. Und bei Kiel war ich bei 100. Ja, dann... Kiel, dann... Dann mach du halt auch. Dann bin ich halt wieder der Horst. Der Horst. Hau rein da. ZZ. Was ist das? Das Musik kommt dir vor, als wärst du auf dem Trip oder so. Was? Musik kommt dir vor, als wärst du auf dem Trip oder so. So, hab offen. Alles klar. Ja. Joint Game Connecting. So schneller. Ja, bei mir steht immer noch Connecting da. Ah, jetzt bin ich grad am Joinen. Better ping for the win. Mach rein. Mach an. Unter 100? Start. Start game. Skip. Ach, wir sind gleich wieder da. Und noch gerade gezeigten. Checkpoint ist auch geladen. Ja. Very good. Genau nach nem Rätsel. Genau nach nem Rätsel. Perfekt. Dann bau ne Kiste. Und jetzt teleportier mich hoch. Nein, hier kannst du den Stein runterziehen. Bist ja oben. Nein, weiter hoch. Guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal. Nein. Oh, ich hab auch einen gekillt. Seid doch einen. Was machst du wieder für Scheiße hier? Also ich hab da gerade nen Goblin mit nem Stein gekillt. Lol. Airshot. Airshot, bro. Warte, ich hab ja was. Du kannst nen Toten auch noch levitieren. Lol, wie geil. Ey, levitier mal hier den Stein. Lewatier. Lewatier hier mal den Stein. Thank you. Was ich inwiegend dick schädlich bin. Geht nich. Du muss aufladen, glaub ich. Links geht gedrückt halten. Kame kame ha. Hm. No. Du musst den Stein da drauf knallen oder so. Hm, die Leiche von dem Goblin da drin. Egal Wieso kann der fliegen? Weil er eben lebt Warte Oh shit Boah, habt ihr den Styler-Move gesehen? Warte, Kiel Ähm Wieso hätte ich das überleben sollen da unten? Du kannst rein theoretisch, ja genau Einfach eine Box und du kannst hier oben das Teil Meinetwegen auch levitieren Oder du machst es so, ja Ach, wir können auch ganz einfach das so machen Hier ist ja ein Checkpoint Und dann stirbst einfach Achso, du bist ja Ach ja, du warst ja tot Wow Was denn? Das war scary Was habt ihr denn gemacht? Du hast was gemacht Ey, was ist denn das für ein Camper da drin? Den hole ich Hey, ich habe euch mehr gegner, warte Ich sammle das für euch Junge, der will nur Killcamps kriegen, ja? Wie habt ihr euch alle durchmetzelt? Schnetzel-Metzel This game is too easy Need the box Du kriegst die nicht, naaah Airshot Airshot, Double Airshot, komm Triple Airshot OMG Hey, wir haben Level up Ein Punkt haben wir Geh mir Echt? Ja, ich wäre aber dafür, dass wir zwei Boxen nehmen, weil das ist das einzige Moment, was nützlich ist, mit einem Skillpunkt nur Hilf mir Also warte, ich kauf mir die zweite Box Du kannst da drauf springen und dann einfach, du musst lange genug leer, dass du drücken, Profix Hack mich hoch Du bist so ein fauler Hund, ne? Oh shit Good job Good job Wieso stirbt man so schnell in dem Spiel? Hm, weil es ein Denkspiel ist und du einfach keinen hier nackst? Ich kriege mich nicht durch das Loch Ich kriege mich nicht durch das Loch Ich kriege mich nicht durch das Loch Hi Ich will den flambieren, aber es geht nicht Autsch Autsch One hit What the hell? Ja, ja, Wallow, HP Da hat's noch Hier ist ein Respawn Ab dafür, ich brauche ich den Krieger hier, der mir die Box mal öffnet Box Danke Ja Das war nicht so ich dabei Ich war voll langweilig Woo Ja, wir können ja switchen Hier, ähm Muss mal einer, ne? Die Pflanze Okay Okay Muss es unten ran, unten ran It's surfig Yeah Du solltest definitiv kein Ingenieur werden Fuck you Geh da runter Geht doch Du warst schuld Voll nicht Du bist immer schuld Äh, du musst ne Wenn du gleich oben bist Einfach ne Box beschwören Und dann fliegt die hier in dem Luftschacht Weil ganz oben ist ne mega fette EXP Orb Nein Du musst erstmal hochkommen Oh, hör auf mir die Luft wegzunehmen Da 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 Kiel What the fuck are you doing? Nein Ich hab's ja bis oben hin geschafft Nur du musst die Kiel, Kiel, Kiel Warte erstmal Wir gehen erstmal nach oben Zack Ihr werdet nicht teleportieren Wow Okay Oh, ihr ruhen Wir wollen auch noch die Dinger einsammeln Lange Lange Ich hoffe du stirbst Na, ich komm mit euch Bin ich wahnsinnig Ja Da oben ist noch ne mega fette EXP Orb Warte, du musst hier auf den Luftstrom, du musst ne Box beschwören Ich kann sie auch tragen Ich kann sie auch tragen Hype Scheiße, wie geil das, wir blocken ihn jetzt Ich hasse euch Ja Yes Also wenn ich block, nehme ich gar keinen Schaden Egal von was Ne, von vorne nur Richtig In die Blockrichtung Und es gibt Gegner, die trotzdem Damage machen Hey, Hunger? Norm Hey, du bist tot Geh links zum Respawn Geh links zum Respawn Geh links zum Respawn Dann ist er wieder da What the heck? Ja Das ist Ich bin schon wieder Ich bin schon wieder Das ist ein Boss Super Come on Snake Eat me Du kannst das nicht blocken Du kannst aber die Giftspucke von dem Vieh blocken Ja, super Was soll ich dann tun? Einfach rein rein gehen Nein, das kannst du tun So stylisch sein wie ich, Bro Ja, für mal Bro zu sagen Du hast irritiert Brofix in game Bro Und mach's wenigstens immer Okay, Bro Ne, doch lieber nicht Kann man die auch spielen? Kann man die auch spielen? Keine Ahnung I have no idea Wo ist mein Fadenkreuz jetzt anders? Ich kenn das Spiel auch nicht I have no idea Das ist ein Violettes Jetzt hab ich ein Geldes Mudwaterdale So, jetzt wird es mich auch komplett neu Also, ich kenn null Also, ich kenne null Ich wundere, was Goblins sehen Schaffeln Schaffeln Oh Oh dear Stopp Seriously Das ist gefährlich Damit kann man dann, glaub ich, Gegner oder so packen Ich bin mal zum Respawn gegangen und hab dir dein Leben da aufgefüllt Das ist ein Tier Das ist ein Tier Das ist ein Tier Ohne irgendwas zu machen Ich stand da mit dem Schild Der Bogenschützer hat's abgeknallt Und dann kam irgend so ein Nienstock Boah, das war ein übelster Leckgrad bei mir Wartet mal ganz kurz, Leute Ich muss mir eben was nachschauen Ähm Oh fuck Ich glaub wir sollten Nicht mehr so lange machen, weil ich hab noch 20 GB platzfrei Und das ist bei Fraps ja bekanntlich nicht ganz so viel Guck dir das mal What the? Woah Da steckt ne Leiche drin Ach dem Bogenschütze Ich block den hier Ich sammle das Leichen mit dem Ding Nein Oh fuck Dean Autsch Ciao Die sind immer noch da jetzt nicht mehr Also ich sag mal lange können wir nicht mehr Wollen wir jetzt hier schon einen Cut machen? Woah Was ist das denn? So ein Goblin kam einfach aus dem Unsichtbaren Alles klar beim nächsten Checkpoint Wieso schmeißt du die zu mir? Weil ich es kann Leute hier hinten ist noch voll viel EXP Ja, wir können nicht irgendwo hoch zaubern Mach mich hoch Doch kannst du schon Ich hab nen Schalter gedrückt Da kommt ein Draht Woah Oh ich bin in den Stacheln drin Ich bin fast tot Das kannst du glaub ich Woah Achso ich weiß wie Ich weiß wie Versuch du rumzuspringen Rumzuspringen Ja das ist mein Satz Warte, warte, warte Dammit So jetzt ist es nämlich fest Airjump Ah ne fuck Styler Warte wir müssen in den Raum hochklettern ist das Problem weißt du Ich komm doch nicht so hoch Du hast aber ne Kiste du Genie Ja und? Achja ich hab zwei Kisten Ja natürlich Ich vergesse das immer Du kannst sogar drei Kisten haben glaub ich Ne sogar vier Da oben ist noch EXP Ja hier oben bei mir auch Nur ich komm da als Diebe nicht alleine hin Geh mir ne Kiste Geh mir ne Kiste Geh mir ne Kiste Geh mir ne Kiste Yes Also eine der EXP Ops hab ich Hab ich Dammit Ja da oben ist noch eine Schmeiß mich nicht runter Wo ist die? Ganz oben links Hab ich Alles klar Wann gehen wir noch weiter? Bring uns hoch Screw Wo müssen wir hoch? Da hinten Zoink Da ist uns safe oder? Ne Doch Doch Alles klar Kleinen Moment ich komm mit nach oben Dann machen wir ein Abschiedsfoto Oh Alles klar dann würde ich sagen Beenden wir hier die Aufnahme Ich werd dann erstmal schön durchrendern Und dann würde ich sagen Leute haut rein Bis zum nächsten Mal bei Trine 2 Das war soweit der erste Playthrough Von daher jo Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal